Europa Universalis 4 Ah, guck hier, die sind auch fertig Okay Schon wieder neue Schiffe, oder was? Gibt's dann hier? Washington Man Ja, machen wir aber trotz alledem, ne? Weil das bringt uns ja nun mal stufentechnisch auch dann immer weiter und wir holen dann mal irgendwann mal auf, ne? Handels... Depot, okay Gut, äh, da können wir gerade ins Geld gucken Okay, da sind wir noch gerade im Minus mit 10 Cent Hier ist die Korruption Mhm, bei Null also Hier müssen wir gucken, dass wir dann noch in London einsitzen Ja, weiß ich auch nicht Wo willst du denn da jetzt einen Sitz dazu nehmen? Geht das hier noch? Ja, wo war das doch hier, ne? Wo ist denn der Stuhl? Holländer sind schon stärker? Interessant Naja Äh... Da war das, ne? Da war das, ne? Und mal einen Sitz im Parlament, okay Dann übertragen war das noch, ne? Zack Okay Wie war das jetzt? Wenn ich das wieder aufmache, ist das dann? Ja, okay Das war nur ein Anzeigefehler dann Alles klar Ich war gerade überlegen Ich hab's doch gerade geklickt Und dann sowas Okay Ach, die sind alle weg? Okay Dann müssen wir da noch mehr Sitze haben, oder was? Ja, was machen wir denn hier dann? Boah, wen willst du denn da reinnehmen? Das ist die Frage Hier noch einen Der geht nicht Bild kontrolliert durch Bürger Den haben wir gerade Ah, falsche Tasten am drücken, ne? Dann kann man sich auch nicht bewegen Okay Ja komm, ich gebe denen da mal noch was dazu Okay Und Ja Müssen wir jetzt gucken, welche Was wert sind hier, ne? Zack Da auch noch Wieso braucht man denn da? Keine Ahnung, sechs Sitze oder so? Kann das sein? Komm, hier brauchen wir noch einen da hin Geht nicht Geht auch nicht Da geht's Zack Wie müssen das denn sein? Sechs Sitze Zack Jetzt ist es erledigt, gut Dann machen wir eine neue Debatte auch gleich auf Gibt's keine Warum steht das da? Die Debatte beginnen und geht keiner? Auch schön, ne? Nächste Fehler, oder was? Gut, ja Land ist im Krieg, das ist klar Ja, da müssen wir gerade gucken, was wir da mit den Leuten machen Aber ich glaube, wir ziehen mal die Schiffe dann da runter Und bringen die mal hier hin Und die bringen wir da hin Und dann sitzen wir mal über mit denen, denke ich Die Frage nur wohin, ne? Warte mal, wir haben hier eine fürchterlich schnelle Runde angesagt Das wollen wir natürlich, ne, ne? Wir sind slide in Okay Das ist ein Friedensangebot, das lehnen wir definitiv ab So, die sind schon da Achso, die müssen wir erstmal verschicken Ah, die gehen da alle wieder nicht drauf, ne? Wie viel sind denn das? 21 Müssen wir erst teilen Achso, warte mal, das ist jetzt schlecht Ja, schick mal eine Runde drauf Na, dann müssen wir weiter laufen Na, jetzt sag mal, was passiert jetzt hier? So, die gehen jetzt nach SX-18 Die müssen wir da aufs Schiff passen, oder? Komm, zack Ah 18 plus 3 sind 21 Ich wähle diese Einheiten aus Und schicke die nach da Passt Kriegsgrund gegen Bretagne, ist klar Äh Lauf mal jetzt rüber 1 Und die schicke ich jetzt ganz schnell mal hoch Oh Ah Vernehmen wir jetzt noch 10 Prestige Und dann nur 5 Dann nehmen wir das Die Einheiten schicken wir jetzt mal gerade hier hoch Oh Oh Hm Wir können diesen Ort nicht von Wie, sind die voll, oder was? Oh, da sind noch Truppen drauf Achso, ja super Das muss ich noch ablehnen und vielleicht schauen wir es mal die zu entladen Fangen wir mal wieder raus So Sind die jetzt entladen? Ich wills hoffen Ja, weil hier sind jetzt nicht mehr so viele drin Äh Dann nehmen wir die aus Und packen die da drauf So, jetzt geht's auch Das war das Problem Und dann Wenn die dann da endlich drauf sind Geht die Reise nach da oben Super Und bis wir da sind, ist zu spät, ne? Achso, wir können nur da Aha Läuft So, dann würde ich sagen, ziehen wir diese Truppen zusammen Und nach da Und Die auch Nach da Die schieben wir mal nach da Die laufen noch hoch, naja Gut Äh Wo ist unser Schiff jetzt? Da ist es Dann fahren die mal da hin Oder da hin Na, gestaltet sich grad schwierig, ne? Ja, da kommen sie auch an Okay Okay Ausgewählt sind sie Und die schicke ich jetzt gleich da hin Laufen die da auch mal rüber Passiert grad nix, ne? Komm, zart geht's da drauf und fertig So, anlanden und gleich zum Kampf Da werden wir wahrscheinlich sofort untergehen Weil wir kommen ja vom Wasser, da ist noch schlechter, glaube Ja Wichtig ist, dass wir jetzt sofort nachziehen, ne? Ach ja Ach ja Da oben haben wir verloren Boah, da ist noch zu viel So, zack Wie sieht's hier aus? Es ist nur noch zwölf Alle aufgerieben vorher, ne? Dafür haben wir jetzt hier mal eine Stärke zurückgekriegt, wennessens Abgelehnt Abgelehnt Wo sind sie? Kommen nicht an, brauchen ewig Da kommt das Schiff Da kommt das Schiff Springen wir da mal rüber Komm, zack, egal Machen wir das Machen wir das Vielleicht schocken wir ja irgendwann mal was hier die Truppen Aber das sieht auch nicht so aus, oder? Obwohl, diesmal ist es ein bisschen besser, ich glaube, das kriegen wir noch hin Naja, konnte vielleicht diesmal klappen Fahre mal schnell runter und hol' noch welche Oh, werden wir knapp verlieren, ne? Woh, werden wir knapp verlieren, ne? Und die anderen brauchen zu lange da hoch Die hauen gerade ab, die 9500 Bis die da sind Kommen ich dann die entladen Und dann mach die da hin Und die sind nämlich 21, gehen dann aufs Schiff Komm schon So, das klappt dann, will ich hoffen Die ziehen sich gerade zurück Jetzt kriegen wir die da hoch Wollen wir hoffen Das ist gut Das lehnen wir ab Dauert ein bisschen länger, bis das Schiff da ist Können wir uns mal beeilen Ich wollte gerade sagen, ist untergegangen, oder was? So Und wenn die dann da sind, dann können wir die ein und dann gehen wir nochmal auf die Bauern Und so haben wir dann auch unsere Leute abgeschafft, ne? So, zack Das sollte jetzt aber klappen, ne? Sind hier noch Truppen? Sind hier noch Truppen? Nein Ah, stell die mal nach Ulster So, wie sieht's hier aus? Ich glaube, wir sind eine Stufe zu langsam, ne? So, das sollte jetzt aber klappen, ne? So, das sollte jetzt aber klappen, ne? So, das Land gerade noch befreien Und dann machen wir da mal gerade ein paar Truppen aus Oh, da sind ja ganz viele Kanonen bei, ne? Okay 6, 7, 8, 10 11 12 Okay Agent wurde entdeckt Ab dem zu spät Wieso geht das jetzt wieder nicht? Oh So Da bitte hin Ja, wir nehmen die Plotte Und da Sobald die da drauf sind, die nächsten hinterher Oder Sinnigerweise Machen wir das anders Machen wir die erstmal da hin Ah, jetzt nicht hier Und wenn wir die Truppen alle da drüben haben Die kommen da hin Die einen war dann Weil der Seepich ist dann kürzer, ne? Abgelehnt Die beiden jetzt bitte zusammenführen Okay Okay So, die sind schon verschickt So, auf geht's Thronfolger ist gestorben, okay Wo gut Und hat Elsass den Krieg erklärt Die sind auf dem Hinweg Welche Einheiten sind das? 929 Das passt also Es werden auch nicht mehr mehr Sind schon voll aufgerüstet Nein, wir lehnen das immer noch ab Ich muss erst hier das aufräumen Und dann komme ich zu Norwegen hin Wir könnten ja mal gerade hier rüber gehen Gut, haben wir Na, bis die da sind, ne? Ich denk's das auch nicht etlich, ne? Die laufen jetzt da rüber Okay, neue Thronfolger, der sah auch gar nicht so schlecht aus Cornwall wird von Provence ersetzt Na, super Invasion in England Ah, wer macht da? Akzeptieren Fast Wahrscheinlich kommen die da jetzt nicht zu spät Aber das sieht sogar mal positiv aus Das haben wir sogar mal gewonnen Gut Okay, das Wer ist denn da noch auf unserer Insel dann zugegangen? Okay Noch mal Pause gerade 50% weniger Zeitaufwand Ansprüche erheben Nehmen wir den Chefspion Und jetzt gehen wir da hin und befreien das gerade wieder Das ist wichtig Da lehnen wir nochmal ab Und dann geht's weiter Äh Sind das jetzt alles? Nein So So Dann Darüber Und dann räumen wir da auch noch auf Und weiter laufen lassen Funktioniert, ne? Räumen Die auswählen Die auswählen Die auswählen Rotmauer-Serve Ja Nochmal die auswählen Und wenn die da vom Schiff sind kommen die da hin Na Na Lauf mal da jetzt runter, bitte So Und das kriegen wir hin Wir sind hier mit 33% unterwegs Okay, da unten haben wir befreit Ah so, da gibt's noch einen Dann gehen wir natürlich noch weiter Die Promos hat ja auch aufgegeben gehabt Die gehen da hin So So, jetzt sieht das schon besser aus Okay Die Flotte Geben wir auf das Schiff Wenn's dann klappt 13 Einheiten da Und das Schiff ist grad kaputt Passt Okay Okay Dann können wir dann hochziehen Aber Ich denke Einen wir Und ziehen dann durch So Auf geht's Die 13 Einheiten, die werden nicht mehr lange leben Ja Ja, sieben Prozent nur noch Das sieht doch schon mal gut aus Jetzt gucken wir mal grad, ob wir irgendwo noch ein Schiff sehen Ich glaube nicht, ne, oder? Da sind noch drei Die werden wir dann mal angreifen Und dann hoffen wir, dass wir die kriegen Okay, da oben kommen sie nicht weg Hier gibt's Rebellen Katholische Fanatiker Ja, okay Die Schiffe sind zerstört Die Fanatiker kriegen wir ja auch nicht Warte mal, die Schiffe sind nicht zerstört, die liegen da Okay Äh Gerade Albion Weiter ziehen Österreich hat Bayern den Krieg erklärt Okay Wir sind da schon weiter Da hin bitte Und wir sind im Prozent Plus Zurückzahlen ist gut Okay Dann da bitte hin Und ein Okay Dann da bitte hin Und da hin Angreifen Die 13 Einheiten müssen wir jetzt kriegen Verkrutten wir selber Okay Schiffe zerstört Und hier gehen wir baden Mit mehr wie doppelt Leute, oder wie war das? Das kann doch nicht sein, ne? Super, oder? Das geht ja gar nicht Oh Um ausheben hier Oh Zack Okay Okay 12.000 her Können die sich da erholen? Äh Ich nehme mal die Schiffe da runter Ah 14, 15 Dann Dann würde ich sagen Machen wir das so Dass wir hier rüber gehen Mit der Flotte Okay, die Schiffe bleiben da Das sind auch noch ein paar Schiffe Da sind schon zwei Einheiten Ziehen wir zusammen Technologie investieren Ganz wichtig hier Okay Und da ist noch einer Na dann Na dann So Wie viele Einheiten hatten denn da, wie viele Schiffe? Diplomatische Macht verlieren Machen wir das Äh Die landen da grad an Und da sind 7.000 Nein, da sind unsere Leute, ne? Das passt schon Schiff zu stören Okay Hier ziehen wir die Leute zusammen noch Und Das passt Dahin bitte Okay Die Flütschiffe müssen wir schlagen Hier unten haben wir schon besetzt Deswegen gehen wir da weiter rüber Nur die auch ganz Aber ich möchte jetzt da oben gerade erst die Truppen holen Wie? Wir haben verloren, oder wat? Das kann ja nicht jetzt sein, oder? Ist das so? Laufen die da jetzt hin, oder nicht? Ist da keine Verbindung? Doch Aber das Schiff ist da im Weg Das ist es Okay Nicht schlimm Die gehen hier unten an Land Okay Und dann schauen wir weiter Aber Die Folge ist schon wieder unwahrscheinlich lang Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid Bis dann Tschüss